hallo willkommen zu mortal kombat ich kommentiere heute einen online kampf zwischen camper boy und hank solo hank wird gespielt gerade von barney ein bisschen verwirrend aber ist so camper boy mit jason und barney hat er meckten uns das ist schon rocken mit jason Jetzt hat man sich erstmal tot. Komm Jason hol die Machete raus. Der war gut. Ömer gewinnt gegen Jason. Also Jason hatte nicht viel entgegenzusetzen. Aber er hat auch noch nicht seine geilen Moves ausgepackt. Schauen wir ob das jetzt noch kommt in der zweiten Runde. Ja Jason wo ist die Machete? Da ist er. Ja das ist übel, das ist übel. Aber Ömer kontert. Jason gewinnt. Entscheidungskampf. Okay. Jason gegen Ömerk in der dritten Runde. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber das klappt nicht so ganz mit dem links raus gehen, rechts wieder kommen. Ömerk passt auf. Typische Ömerk-Move. Oh, 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 jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp. Und Jason gewinnt. Was macht er für'n Finisher? Er schubst ihn um. Was war das? Was war das? Was war das für'n Finisher? Ja. Ja. Na ja, gut. Revanche. Revanche-Kampf. Die beiden beraten gerade. Manu, mach mal eine Revanche. Gibt es Revanche-Kampf zwischen Jason und Ömerk? Ja. Jason und Ömerk. Gut. Noch ein Kampf. Revanche. Revanche. Ja, zum Schluss hat der Jason noch mal ganz gut aufgedreht. Jetzt kriegt er gleich die erste Panzerschelle. Schmeißen auf den Boden mit nem nassen Lappen. Falsche Richtung. Ja. Ermak. Auffassen. Und gib ihm X-Ray. Okay, die erste Runde geht so wie es ausschaut ganz klar in Ermak. Jason richtet sich kurzes Knick. Weiter geht's. Zweite Runde. Und Jason zückt wieder seine Machete. Knopf. Und es kracht. Und es kracht. Und Ermak jetzt halt dich ran. Finale Runde. Wie immer steckt Jason den ersten ein. Scheint so als ob er sich eingegroovt hat. So, Ömerk streng dich an. Ja, das könnte vielleicht noch mal die Wände bringen. Auf jeden Fall wird's jetzt noch knapper. Spannende Enten. Spannende Enten. Komm, Ermak. Das war's schon wieder. Naja. Gut, die zweite Runde geht auch ganz klar an Jason. Wir sehen uns wieder in der nächsten Runde. Jason, Camperboy hat ganz klar gewonnen. Ein paar mal seine Machete ausgepackt. Gut. Bis dann. Servus und macht's gut. Bis zum nächsten Online Kampf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.